ja hallo herzlich willkommen zu einer Runde Billard mit Janik und Malte im Hintergrund hallo heute hört nicht zu ja mach da geht's scheiße, da wird scheiße, da wird scheiße Teddy gewinnt uh, wie's leckt meinte Teddy wird nicht gewinnen bei mir leckt der Billard im Moment Alter, was machst du gerade? rendern ähm, hochladen hochnehmen ich hoffe, dass das Video, das ich gerade hochgeladen habe bei mir der Feuer jetzt sich abgebrochen hat oh nee, oh nee das war über 90%, das weiß ich aber ich weiß nicht, ob's fertig war tja ja, das ist schon blöd oh leu so oh mua bin ich? ja nein wirklich wirklich ich bin der beste so hallo 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 ich hab echt voll die Standbilder hier was los ach, du bist noch mal ja, was ist denn? was ist denn? was ist denn los mit dir? wie nicht jetzt? nein, noch einmal nicht ach doch jetzt nee lol, du hast eine von mir reingemacht ja, aber meine ist das letzte reingegangen ach, fick dich aber ich kann jetzt nichts machen warte hm ja hm ich wusste nicht, was ich machen sollte hehehe ich schon oh hallo ja, heil ja toll hallo hast du den link gesehen, walter? das ist den link äh, teamspeak ja ja, in der aufnahme was? ach, ich nehm ja auf schade ich kann nicht drüber nach, oder? äh, walter, teamspeak ist der link mit der aufnahme ah ah, geil kann ich mir auch runterladen? ja, ja ja, ja kann ich auch im Hintergrund so oben in der Ecke einfach hehehe ich bin's nicht nee 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 oh Hilfe oh das ist knapp, alter oh, ja oh, Schluss oh, Schlag, alter ja, fick dich doch ins Knie, alter ja, ich gewinn noch, alter kann nicht wahr sein oh ha, Lappen oh, nee ich glaub, du bist richtig leise bei mir, ey oh, nee Moment mal das machen wir gleich mal eben anders ey, du hast das doch egal, weil du hast zwei verschiedene Aufnahmespuren ja, aber dann wird der Windows halt auch mega laut oh, ja oh, und so ey, oh, ey okay ich glaub, das darf ich grad nicht sagen ich hab' mal ein bisschen lauter so sag mal, was HALA wow, viel zu laut HALA HALA oh ja was ist los? Neu's Spiel, Junge Ach so, ja na, ja ja, Neue Spiele, ähhh Sport Spiel häh? hä? ach so oh ohoh aserst war das ich direkt am Anfang da eine Kugel rein gemacht eat warum ist Luca on was also Warum nicht? Im Billard. Echt? Lol, fahr denn mal raus. Hä, was machst du im Billard? Willst du ihn zugucken oder was? Ja. Geht gar nicht, oder? Doch, klar. Rechts sind laufende Spiele. Oh, laufende Spiele. Hä, Luca hat mich herausgefordert. Oh, nicht die... Oh, nicht die Schwarze. Ich spüre gegen den, Alter. Hallo. Hallo. Wir sind in der Aufnahme. Cool, life. Wolltest du nicht aufgehen eigentlich? Kann uns hier irgendwie jemand mal trennen? Ja, warte, ich zieh uns unten hin. Ja, danke. So. Hallo. Das wäre jetzt mal ein bisschen hektisch gewesen, wenn die auch noch nebenbei gezockt hätten. Wäre das viel zu... ja... ja genau. Wäre das durcheinander gewesen dann. Ja. Voll witzig. Mit deiner Aufnahme ist mir das scheißegal. Ja. Hey, 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 hey. Deine Mutti. Die ist mir nicht scheißegal. Nie? Oh, Standbild. Oh. Wer hat jetzt reingegangen? Ja, geil. Mhm. Du hast gewonnen. Ja, ja. Machen wir besser aufs Zwiedern, ist der schon vorbei. Aber es war doof, ich habe vier Minuten aufgenommen. Sollen wir machen. Oh, das ist schön, das gefällt mir. Sollen wir. Oh, nööööööh. You are a noob. Hä? Ach lol, bin ich bescheuert, ey. Weil ich jetzt erst einmal mit der Kugel zwischen war. Ähm. Machen. Ja, äh. Kugel rein. oh das ist schön das gefällt mir das gefällt mir richtig oh das hätte klappen können hätte hätte fahrrad kippen oh ne oh das ist schön ja nein ich mach das nicht komm seine ja äh wir machen noch ein bisschen weiter das wäre ein bisschen kurz schon du bist dran mach ja geil langsam alter hm wurde langsam ja war schlecht auch noch ja ja mein du hast immer die Freude kann das sein ja ich bin gut ja auf jeden Fall einfach alles bedeutet dass ich gut bin egal was passiert ja klar ja ich bin gut und wenn ich dann leck der Server ne ja genau ich voll voll im lauf alter ja das gefällt mir nicht gefällt mir Daumen hoch voll abgespackt jetzt facecam wäre lustig gewesen hast du schon mal facecam gemacht ne 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 das war jetzt was weiß ich was weiß ich was weiß ich war hunderttausend aufs Spätschitz hehehe das ist ne gute Idee ne boah ich überleg echt was 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 ist wenn du ähm wann wenn ist man doch zu alt für let's face oder nicht hä warum keine ahnung das ich weiß wie guck mal wie alt ist Gronkh 30 30 schätze ich mal so 30 ich glaub der ist schon älter alter ich guck mal nebenbei auf mir in die Kugel neben warte du bist dran ich guck mal ok ja genau mach du mal und alter 37 Jahre boah ja sie ist so ey der hat genau wie ich am 10. April geboren habe der prima von den Außenseitern auch ja sie sind 37 warum hat das mit dem Alter zu tun was meinst du eben weil ich schon so alt bin nein ich werd noch älter jetzt im Montag weil du sagst wegen hunderte hunderttausend Abonnenten so hä das ist äh also jetzt äh wird ja das wird ja nicht so schnell nicht jetzt so ein paar zwei Jahre kommen oder so das mein ich ach so meinst du das naja man weiß nie so genau ja guck mal wie schnell das mal umgespielt ging hehehe er hat auch schon seine Region oder nicht ich weiß gar nicht aber ich glaub nicht das hätte man schon mitbekommen ich nicht ich pack den nicht weißt du ja schon ja Mann ich bin schlecht ja ehrlich kann ich das viel besser ich kann nix machen gerade läuft kannst einer von mir rein machen ja ok mach ich ach hat nicht klappt Klapp hat klappt. Ja, geil. You are the best! Oh, ich hab letztens ein Video von so einem richtig üblen Billionsspieler mit Trickshots gemacht. Äh, gesehen. Alter. Musst du erst mal... Oh, nö. Musst du erst mal hinkriegen, ey. Dankeschön, Lippe. Oh, nö. Das hätte... Ich hätte meine Kugel nicht mehr bewegt. Ach, ja. Oh, nö. Oh, nö. Äh, äh. Oh. Soll denn das heute noch? Deine Aufschlamme. Ja, sicher. Kann ich so schnell röpsen. Was? Kannst du nicht röpsen? Wenn ich röpsen... Ja, das ist mein Ernst gewesen. Das klappt nicht. Besser. I'm the best! Ja! Ja! Ich hab trotzdem gewonnen. Komm, eins machen wir noch. Einer geht noch. Ich hab letztens angefangen zu trinken. Was sagst du? Ich hab letztens angefangen zu saufen, Alter. Was? Ja. Oh nein, ich hab nicht die ganzen. Das ist wieder alles. Jetzt hast du Pech. Wie kommts? Was? Als du angefangen bist. Äh, ich hatte Geburtstag. Ja, okay. Dann geht's. Stimmt. Gibt's auch ein cooles Video auf meinem Kanal für... Ich hab Montag. Ich wollt grad sagen, mach jetzt mach keine Werbung. Aber das ist ja irgendwie blöd. Du nimmst auf. Ja. Ich hab Montag, wollen wir jetzt sagen. Ist schon wieder älter. Ich kack ab. Diesen Montag? Ja. Echt? Ja. 23, ne? Ja. Alter, du bist... 23, Alter. Halbtot. Ja, du Lacker, Alter. Oh, sowas von. Der auch. Boah. Oh, Idiot. Ja, sicher. Besser als du. Ja. Oh, Scheiße. Nee. Du magst, wenn die Schwarze sich bewegt. Das Schlimme ist, wenn du die Schwarze berührst und das leckt dann noch. Ja. Die Ungewissheit dann. Oh, yeah. Oh. 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 Scheiße. Noll. Ich glaube, Luca hat ja schon wieder einen Disconnect. Ja, ich hab' ja auch grad gesehen. Warte mal. Hä? Nein, du bist... Hä? Du bist... Nee, das... Hä? Ach, der ist in Videos gucken gegangen. Ach so, ich dachte schon. Hast du auch TeamSpeak auf dem Zeitbildschirm? Mhm. Ja, und Outer City und Webs. Und Skype. Oh, leck mich. Ich hab total nur TeamSpeak. Alles in so Minifenstern. Mein zweiter ist ja nur so ein 15 Zoller, das ist voll kacke. Ich weiß gar nicht, was da... Was das ist... Keine Ahnung. Was meiner hat. Ich war halt... Rademann HD. Hm? Geht nicht. Ich hab grademann HD mit zweiten. Also, are you ready? Das scheiß Ding. Ich hab keine Ahnung, was du mein machst bist. Oh, ja. Ich hab' ja auf jeden Fall schon ewig. Ja. Ja, ja, das war mein erster Fernseher. Oder ist mein... Oh, nö. 4-0. Oh, nö. Bitch! Du bist schlecht. Naja. Ich danke fürs Zugucken. Tschüss. Man sieht sich beim nächsten Mal. Daumen nach oben, abonnieren kostenlos. Fickt euch alle ins Knie. Tschüss. Tschüss. Bis zum ping mal in wszystkim. Tja, das ist jetzt zu machen. Tja, mal. Tja,